Marxistische Psychologie – Eine kurze Einführung Ulas Basagetskin In diesem Buch wird die marxistische Psychologie in einem historischen und theoretischen Kontext vorgestellt. Welcher Marxismus und welche Psychologie waren die Ausgangsfragen für die Diskussion, die zu Antworten führten, die sich auf historische Persönlichkeiten, Bewegungen, Denkschulen, Länder und Heilbereiche bezogen? Entfremdung, Ideologie und Methodologie wurden als Hauptthemen für eine marxistische Psychologie angesehen. Warum revoltieren die Menschen nicht, ist eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang. Die Diskussionen drehen sich um verschiedene Begriffe wie falsches Bewusstsein, gerechte Weltanschauung, Ideologie, Hegemonie und Systemrechtfertigung. Obwohl diese mehr oder weniger geeignet sind, die Apathie der Menschen zu erklären, ist das Buch keineswegs pessimistisch. Eine damit zusammenhängende Frage ist, dass die Konsumgesellschaft und der Konsumismus nicht richtig verstanden werden können, ohne auf den wahren Fetischismus und die Entfremdung einzugehen. Das Buch schließt mit einer Diskussion über die Relevanz von Ignacio Martin Barros Befreiungspsychologie für unsere Zeit und schlägt vier Prinzipien für marxistische Psychologie und Heilung vor, Entideologisierung, Entfremdung, Defetischisierung und Entegemonisierung. Dieses Buch ist ein Geschenk zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Das Buch ist ein Geschenk zum 200. Geburtstag von Karl Marx.